Wir sind alle gesund. Uns wartet zu Hause unsere Familie. Da sind Privatpersonen mit einem eigenen Auto aus Ukraine, Weißrussland. Wir wollen unbedingt die Europäische Union verlassen. Bitte helfen Sie uns. Keine Duschen, aber Wasser ist kalt und ein bisschen Heißwasser. Toiletten sind sauber. Danke sehr. Bitte, bitte, bitte. Danke. 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 Bis zum nächsten Mal.